Heute gibt's Monster Trucks von Megaconstrucks. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit zwei Monster Trucks von Megaconstrucks. Und diesmal der neue Megavrex und der Tiger Shark. Und wie man unten erkennen kann, beim Tiger Shark gibt es sogar zwei Packungsvariationen. Die linke ist die alte Version, die rechte die neue. Ich will mich auch gar nicht lange mit den Boxen aufhalten. Hier ist Megavrex von vorne. Hier die Rückseite. Ja, hier kann man auch den Tiger Shark nochmal erkennen, den Bohnshaker. Hier der neue kleine Bohnshaker, der neue Twinmill, Baja Truck und Roger Dodger. Okay, wer jetzt mal ein bisschen drauf aufpassen möchte, der Tiger Shark, den gibt's tatsächlich in zwei verschiedenen Versionen. Hier die Rückseite. Hier ist die alte Box vom Tiger Shark. Und dann achtet mal da drauf, was sich da verändert. Der Bohnshaker. Nochmal der Bohnshaker. Muscle Bound. GT Hunter. Twinmill. Das ist Hot Wheels Racing. Und auch nochmal Roger Dodger als Monster Truck. Okay, was ein bisschen auffällt, die Wave 1 Monster Trucks, wie bei dem Tiger Shark. Da sind die Verpackungen noch so ein bisschen weiter zu verwenden, so als Rampe. Während das jetzt bei dem Wave 2 Megavrex komplett weggelassen wurde, kann man auch hier so ein bisschen sehen. Da sind auch schon die beiden Monster. Ja, wie man sehen kann, den Tiger Shark habe ich schon auf die großen Räder gepackt. Da sind bei beiden Monster Trucks so kleine Räder bei, die man hier sehen kann. Die passen auch bei jedem anderen kleinen Hot Wheels Auto. Und dann kann man die halt verwenden, wie bei den Megavrex jetzt hier zu sehen in klein. Und man kann natürlich auch die anderen Hot Wheels Autos auch auf diese großen Monster Räder packen. Das geht auch. Also das ist modular praktisch. Und das ist eigentlich ganz gut gelöst. Man kann sogar die Wonder Builders Autos da verwenden, wenn man das möchte. Gut, was noch so ein bisschen auffällt. Diese Gestänge sind tatsächlich unterschiedlich. Also ein bisschen Unterschied hier bei diesen Stangen. Okay, das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Aber hier sind die halt so rangeklipst. Und hier ist es tatsächlich so, Stangen, die hier so einfach nur reingesetzt werden. Und das sind halt auch Bausteine. Es ist halt ein bisschen anders jetzt gelöst. Aber im Prinzip sind die beide natürlich komplett kompatibel. Einmal eine Seitenansicht. Bei der Vorderansicht, da kann man tatsächlich gut erkennen, beim Megavrex ist sogar so ein kleines Gesicht zu erkennen. Also ich glaube, das soll irgendwie so ein Krokodil darstellen. Wenn man den so ein bisschen von oben sich gleich nochmal anguckt, dann wird man das ein bisschen besser erkennen. Was Mega hier auch immer super kann, hier ist immer alles bedruckt. Das sind alles Drucke, keine Aufkleber. Richtig, richtig genial. Ja gut, bei der Rückansicht gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Wie versprochen die Draufsicht? Ja, also man muss wirklich sagen, sehr viele Drucke dabei. Sehen auch richtig hübsch aus, die Dinger. Also da haben sie sich schon ein bisschen was ausgedacht. Bei dem Tiger Shark, da sind in Plastik sogar so ein paar Glitzerflakes drin. Das finde ich auch ganz nett. Die fehlen bei Megavrex leider. Bei Megavrex sind auch so ein bisschen Farbabweichung. Aber da das ja ein Set für Kinder ist, denke ich mal, kann man das auch verschmerzen. Die Anleitung wollt ihr doch sowieso nicht sehen. Gebt es doch zu. Von daher drückt doch lieber den Abonnieren-Knopf. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und wenn ihr mir ein Like nach oben gebt, dann freue ich mich natürlich auch. Naja gut, also hier die Figur, da wo das hinkommt. Und wir kennen das ja schon. Von daher, das soll es auch für die Anleitung sein. Schauen wir uns noch mal kurz die Figur an. Das ist die von Megavrex. Mir ist so aufgefallen, bei der muss bei mir wohl so ein kleiner Druckfehler sein. Auf der einen Seite. Das ist ein bisschen wenig. Sollte eigentlich auf beiden Seiten so ein orangener Zahn zu sehen sein. Der ist bei mir dann wohl auf der rechten Seite irgendwie verschüttet gegangen. Ansonsten, ja die Front sehr schön bedruckt alles. Also die geben sich da selbst bei diesen Billig-Sets in Anführungsstrichen richtig Mühe. Hier ist die Tiger Shark Figur. Ja auch wieder richtig viel Mühe gegeben beim Helm. Richtiges Gebiss aufs Visier aufgemacht und ansonsten der Körper auch nicht bedruckt. Ja, also es ist wirklich toll, was die immer so machen bei Mega. Das Dach kann man natürlich auch wieder abnehmen und auch wieder draufsetzen und die Figur reinmachen. Wie gehabt, wie bei den anderen auch schon. Wenn euch das ein bisschen interessiert. Hier im Vergleich auch nochmal zu so einem normalen Hot Wheels von Mega Constructs. Von dem Größenverhältnis her. Also für die 20 Euro. Um verbindliche Preisempfehlungen bekommt man richtig viel. Das kann man eigentlich nur empfehlen. Und die meisten von der Wave 1 sind im Prinzip jetzt auch schon runtergesetzt. Jetzt auch schon im Ausverkauf. Die kriegt man teilweise für 10 Euro um den Dreh rum. Und da kann man die auf alle Fälle mitnehmen. Kommen wir mal zum kleinen Fahrtest. Also er fährt geradeaus relativ gut. Wenn man ihn so ein bisschen kippt, dann kann man auch so ein bisschen um die Kurve fahren. Weil das ist mit so einer Kugel praktisch unten befestigt. Und die können halt hin und her schwingen. Ist auch wie so eine kleine Federung. Also wenn da jetzt irgendwie was drunter liegt oder so, dann könnte der da eigentlich auch so rüberfahren. Das macht ihm dann nicht wirklich viel. Dasselbe gilt natürlich auch für den Tiger Shark. Wie gehabt. Also für Kinder eine ganz tolle Sache. Ist auch wirklich richtig fest alles. Beim Tiger Shark, okay. Der hat so ein paar Elemente, die vielleicht ein bisschen abgehen könnten. Aber wenn man da normal mitspielt, passiert da nichts dran. So, das war es auch schon wieder für heute. Ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, welche findet ihr denn besser? Den Tiger Shark oder die Mega Wrecks? Ich finde eigentlich beide ganz nett. Und von daher, die kann man unengeschränkt empfehlen für Kinder. Ein super Ding. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.